Herzlich willkommen zu Martin Gegenwart, Teil 19, Dokumentvorlage. Dokumentvorlagen sind dafür da, um sich das Leben wieder mal etwas einfacher zu machen. Das heißt, Sie haben einen bestimmten Text, ich habe ja mal was vorbereitet, und da müssen Sie nur einige der Einträge ändern. Und zusätzlich zeige ich Ihnen, mit welcher Funktion Sie immer das Datum des Tages aus dieser Dokumentvorlage erzeugen und das auch immer bleibt. Dazu kommen wir aber später. Und zwar, wo finden wir eigentlich Dokumentvorlagen? Grundsätzlich immer, wenn Sie auf Datei klicken und auf Neu oder Wort öffnen, haben Sie hier jede Menge Dokumentvorlagen. Leeres Dokument, Microsoft bietet Ihnen etliche von Vorlagen an. Da können Sie dann irgendwelche Suchbegriffe eingeben, geschäftlich, Karten, Handzettelbriefe, Ausbildung und so weiter und so fort. Aber vielleicht möchten Sie ja ein eigenes Dokument als Vorlage haben. Und das wird dann immer, wenn Sie eins gespeichert haben und nicht irgendwo anders angegeben haben, unter persönlich gespeichert. Wir sehen hier ein paar Vorlagen. Das brauchte ich zum Beispiel, als ich mich beworben habe. Da muss ich den Lebenslauf nicht immer neu schreiben oder umschreiben oder das anschreiben. Da habe ich dann immer eine Grundlage und musste nicht irgendwas ändern und habe aus Versehen doch den Namen von der ersten Firma, die ich dann angeschrieben habe oder den Ansprechpartner drin gelassen, weil da nichts steht. Und so kann ich höchstens was vergessen, aber wenigstens keinen falschen Namen reinschreiben. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück zu meiner Vorlage. Und zwar, da habe ich schon den Kopf erstellt und wie das in so einem Geschäftsleben ist. Wenn Sie da irgendwas geschäftlich machen, dann haben Sie hier irgendwas stehen. Mein Zeichen, Ihr Zeichen und so weiter und so fort. Geschäftsbriefen unten dann halt auch noch sämtliche Eingaben, die Sie haben müssen, wenn Sie geschäftlich unterwegs sind. Es geht mir jetzt nur darum, dass Sie wissen, wie kann ich aus einer Vorlage denn ein Dokument erzeugen. Und zwar, wenn Sie eine Vorlage fertig haben, dann haben Sie halt die Felder irgendwie markiert, die Sie noch ändern müssen. Ich habe das jetzt einfach mal mit Strichen gemacht. Geht auch anders, aber das ist so die einfachste Methode erstmal. Sie können natürlich diese Dokumentvorlage auch immer wieder mit einer neuen Datenbank verbinden oder irgendeiner Tabelle, dass Sie daraus einen Serienbrief machen können. Das ist natürlich dann noch besser. Das haben wir ja vorher gemacht, den Serienbrief. Und jetzt zeige ich Ihnen einfach mal, wenn Sie Ihre Vorlage fertig haben, wie und wo Sie das speichern. Und zwar klicken Sie auf Datei, speichern unter, dann ist es im Grunde erstmal egal, wo Sie hinklicken. Und wenn Sie das Ganze jetzt speichern möchten, dann müssen Sie noch den Dateityp auswählen. Und da haben Sie Wordvorlage. Das ist immer .x, beziehungsweise in älteren Versionen . Dann springt er automatisch dahin, wo Sie die benutzerdefinierten Office-Vorlagen haben. Sie können die natürlich auch woanders speichern und von da aus mit einem Doppelklick öffnen. Haben Sie die zum Beispiel auf dem Desktop gespeichert, brauchen Sie nur doppelt draufklicken. Und dann öffnet er auch das Dokument, aber nicht die Vorlage. Das sage ich aber gleich noch mehr zu. Also wie gesagt, ich speichere erstmal hier, damit ich ihn durcheinander habe. Wir sehen, hier sind meine Vorlagen, die ich auch gerade gezeigt habe. Und die nenne ich jetzt einfach mal Dokumentvorlage und speichere die. Dann schließe ich die mal. Und jetzt habe ich wieder Word geöffnet und möchte jetzt unter Persönlich meine Dokumentvorlage öffnen. Das heißt, es ist im Grunde das Sauberste. Sie haben Ihre sämtlichen Vorlagen direkt, wenn Sie Word öffnen, unter Persönlich. Da klicke ich jetzt drauf. Und Sie sehen, hier oben steht jetzt nicht mehr .x. Also Sie arbeiten jetzt nicht mehr an der Vorlage, sondern an einem ganz normalen Dokument. Er öffnet sozusagen die Vorlage und speichert das. Naja, hat er noch nicht gespeichert, aber er öffnet das als Dokument. Und wenn Sie das jetzt irgendwo speichern, speichern Sie ein Dokument ab. So genau so, als wenn Sie Word gerade öffnen, neues Dokument haben und sagen speichern. Nur mit dem Vorteil, dass Sie hier schon sämtliche Eingaben haben und die müssen Sie halt nur noch verändern. Dass Sie hier zum Beispiel den Empfänger reinschreiben oder das halt wie gesagt mit dem Seriendricht verknüpfen. Je nachdem entsprechend was ändern. Zum Beispiel die Referenznummer für dieses Schreiben. Und hier haben wir was. Das habe ich einmal in Rot und in Grün. Denn wenn man so ein Dokument erstellt, beziehungsweise eine Dokumentvorlage, möchte man ja auch immer das Datum automatisch haben. Jetzt habe ich mal wieder geswitcht. Und zwar, wenn ich dann die Vorlage noch mal bearbeiten möchte, dann muss ich mir natürlich merken, wo habe ich diese Datei gespeichert. Ich kann die zum Beispiel bearbeiten, indem ich auf Datei gehe, öffnen, durchsuchen. Und wenn ich nicht genau weiß, ich habe das bei mir ein bisschen verschoben, wo habe ich denn diese benutzerdefinierte Office-Vorlagen? Da muss ich die natürlich suchen. Grundsätzlich ist die immer unter Dokumente. Und wenn ich dann den Ordner habe, dann öffne ich direkt Dokumentvorlage.x öffnen. Und hier oben sehen Sie wieder, jetzt arbeiten Sie wieder an der Vorlage. Also nicht an einem Brief, den Sie daraus erzeugt haben, beziehungsweise an einem Schriftstück, sondern direkt an dieser .x. Und an der habe ich nämlich gestern, also vom Video aus, vom Videodreh aus, habe ich zwei Sachen eingefügt. Und zwar, einige kennen das vielleicht. Ich mache das nochmal hier. Sie haben ja unter Einfügen die Möglichkeit, Datum und Uhrzeit einzufügen. Wenn Sie da draufklicken, dann können Sie halt sagen, welches Datum möchten Sie einfügen. Das ist bei einer Vorlage aber ein großes Problem. Denn, wenn Sie das Datum angeben, die Vorlage als Dokument öffnen, also unter persönlich dann öffnen, dann steht dann immer das aktuelle Datum da. Und wenn ich jetzt am 05.10. diese Datei öffne, dann steht da auch 05.10. Das heißt, wenn das zum Beispiel eine Rechnung, eine Mahnung oder irgendein Schriftstück war, von dem Sie wissen müssen, wann habe ich das geschrieben, kann man natürlich auch im Explorer nachgucken. Aber hier ist es natürlich praktischer und auch logischer. Da steht leider immer, wenn Sie das hier drüber machen, wie ich das hier schon habe, das Datum des Tages, an dem Sie dieses Dokument öffnen. Die Vorlage und auch später das Dokument. Das hatten Sie ja vorhin auch schon gesehen, als sich das Dokument öffnet. Aber es gibt noch eine kleine versteckte Möglichkeit. Und zwar heißt das Create Date. Und das finden Sie auch unter Einfügen. Schnellbausteine und Feld. Wenn ich da jetzt draufklicke, habe ich jede Menge, das kann ich jetzt alles nicht erklären, weil mindestens die Hälfte davon kenne ich auch nicht. Aber Sie haben hier Create Date. Und dann können Sie halt sagen, wann ist dieses Dokument erzeugt worden. Und ich nehme mal das Standardformat Tag, Monat, Jahr, also 4.10.21. Und sage jetzt einfach mal OK. Dann steht jetzt hier zwar auch 4.10. Aber wenn ich das Dokument morgen öffnen würde, wird er immer noch 4.10. stehen. Das habe ich ja hier schon gemacht, weil ich das einen Tag vorher schon erstellt habe. Und Sie sehen, da steht 3.10. Weil ich hier Create Date benutzt habe. Wie Sie auch noch mal sehen können, was Sie hier benutzt haben. und dann mal Weltfunktion ein-aus anklicken. Dann sehen Sie, was da wirklich steht. Da steht dann Create Date, Backslash, Tag, Monat, Jahr, in Anführungszeichen. Das wollte ich mir aber nicht merken. Und wenn ich das mal hier oben mache, dann steht da einfach nur Time. Das heißt, er holt sich einfach jetzt die Zeit aus dem System und gut ist. So, das nehme ich jetzt auch weg, weil das brauche ich ja jetzt nicht in meiner Vorlage. Die Dokumentvorlage habe ich jetzt gespeichert. Mit STRG 4 ließe ich das Ganze. Jetzt tue ich wieder so, als es ein anderer Tag ist oder beziehungsweise muss ich einen neuen Brief schreiben. Neu, persönlich, Dokumentvorlage. Ist nur noch ein Dokument. Also alles, was ich hier verändere, verändere ich nur in diesem Dokument und nicht mehr in der Vorlage. Und da gebe ich dann an, vom 17.08. 2021, Rechnungsnummer. Vielen Dank für den Einkauf vom 17.08.2022. Und schon habe ich es fertig. Hier können Sie noch was eintragen. Ich habe mich gefreut, dass Sie eingekauft haben oder vielleicht nochmal irgendwie persönliche Anrede. So, so ist er fertig. Jetzt brauche ich im Grunde nur noch dieses Dokument speichern. Dann fragt er mich, wo. Mache ich meine Dokumente. Test. Speichere ich als Wartdokumente. Kann ich natürlich auch wieder, wie schon vorher besprochen, als PDF, XPS, Webseite, als das Dokument. Dementsprechend, wie ich es halt abspeichern möchte. Das war es erstmal wieder. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Zusehen. Wie immer, wenn Sie meine Webseite besuchen würden, fände ich es toll. Das ist meine Kontaktadresse, beziehungsweise, wenn Sie mich ein kleines bisschen unterstützen möchten, Webroll. Und YouTube-Kanal, kurz und knapp. Und wenn Sie das Klingelchen drücken, wäre ich auf. Bis zum nächsten Mal.